So, willkommen zurück. Wir haben hier gerade den Feuerwehrmann befreit und müssen jetzt mal wieder gucken, können wir denn noch einen Feuerwehrmann befreien? Die Feuerwehrleute sind in Gefahr. Ich muss sie retten. Okay. Dann gucken wir mal bitte auf die Karte. Hier ist doch das Polizeirevier. Hier soll irgendwo ein Bahnschienen sein. Na gut, komm. Stopp, stopp, stopp. So, V. Oder gibt es hier noch was? Er hat Opernmusik am Tatenort spielen lassen. Sie sollen gefunden werden. Okay, wir müssen glaube ich erstmal hier weitermachen. Ich gehe zurück zur Mercy Bridge, um die Spur des Wagens aus Arkham Knight aufzunehmen. Miss Gordon, zum Wohlergehen ist uns allen sehr wichtig. Viel Glück. Dann gucken wir doch mal. Wie, das ist denn das an Grün gerade? Mhm. Ach, wir sind ja dann direkt beim Polizeirevier und bei den Bahnschienen. Wo ich noch nicht weiß, wo die sind. Vielleicht soll es eine Metapher sein. Du weißt schon, sowas wie das Angstgas war in uns selbst. Echt poetisch, Mann. Huch. So, gucken wir doch mal. Huch, jetzt habe ich was auf Rayman Mushing gehabt. Ist notiert. Ich habe Zugriff auf die Dateien, an denen vor ihrer Entführung gearbeitet hat. Sie hat wohl eine Schwachstelle der Drohnen entdeckt. Ein direkter Treffer mit der Walkekanone auf die Sensoren sollte sie mit einem Schuss zerstören. Sergeant, die Masse wurde untergelassen. Get out. Manderdrohnen aktiv und gefichtsbereit. Oh, gut. So, und den hätten wir auch. Jetzt nicht, Sergeant. Stell Straßensperren auf. Riegel die Insel ab. Ach. Gut. Ich weiß gar nicht, okay. Den machen wir. Was ist genug, du Pisser? Hm. Oh, was denn jetzt? Oh Gott. Du wirst immer noch, dass die Fledermaus dich drehen? Jetzt versuchen wir ihn wie ein Sieb. Suswaffen, halten ihn nicht auf. So viele aber schon. Wir haben jeden Winkel im Visier. Der kommt nicht mal in die Nähe von diesem Ort oder von dir. Das Spiel ist aus, Freund, Jack. Du bist erledigt. Diese ganze Stadt ist am Ende. Es gibt nichts, was du oder sonst jemand dagegen tun könnte. Bin ich doch mal um. Alles sind fort. Ja, es sind alle davon gerannt. Die Straßen gehören uns. Nicht mal die Bullen wollen sich mit der Zeit legen. Nicht, wenn sie wissen, was gut für sie ist. Boah, können die immer auf den Zolle labern. Der sieht aufgewühlt aus. Ich weiß, wie wir ihn aufmuntern können. Ja, ich auch. So, und jetzt geht's ab hier. War das jetzt abgeschlossen oder war es nicht abgeschlossen? Ach, keine Ahnung. Komm, hier. Wir fahren einfach weiter. Achso, okay. Der Rüttler bringt heute Nacht Batman und Catwoman um. Vielleicht ist er wirklich ein Genie. Ich hab ihn. Er ist auf der Mercy Bridge. Drohne zerstört. Gut, hätten wir das auch. Da war doch... Nee, okay. Ich dachte, ich hab schon da einen gesehen. Ein kleines Arschloch. Ich seh da ja überhaupt welche, oder? Such deine Verbündeten als Würstchen. Jetzt darf meine Armee in die Stadt. Jetzt etwas lüften. Bevor ich dir zeige. Ach, Gottchen. So, da war doch noch ein Bombard. Hier. Oh Gott. Warst du das wirklich? So, und hier ist noch einer. Bald ist deine Zeit abgelaufen. Und da ist noch einer. Gibt's ein paar XP? So, jetzt hier. Weiter. 26. Ich weiß nicht. Oh, oh, oh. Oh Gott. Nein. Nee, noch lange nicht. Wir müssen da runter. Oh. Oh. Ich kann mir eine Niederlage leisten. Du nicht. So, und der andere ist noch hier, oder? Da ist er. Jetzt mal bist du dran, dunkler Retter. So. Winde einsetzen? Ach, guck mal hier. Können wir gleich mal machen, oder? Ja. Ich habe gleich eine Verbindung, Sir. Erwarten Sie geringen Widerstand, Sir. Batman ist hier. Ich helfe mit mehreren Einheiten ansammelt dir. Okay, geringen Widerstand. Oh, oh. Redner zerstört. Oh Gott. So, warte mal. Stopp mal hier. Batman hat eine Drohne zerstört. Dafür bezahlt ihr. Oh, warte mal. Ich habe eine Telemetrie offline. Schlag zurück. So. Drohne getroffen. Mehrere Drohnen offline. Was zum Teufel war das? Der Feind hat jetzt die Möglichkeit zum Parallelen angriffen. Denk schneller. Wow. Das war... Ist er denn? Hab eine Retter verloren. Alter, bitte was? So. Oh Gott. Kommt schon. Oh Gott. So. Von da noch. Oh. Bezieht Position an der Flanke. Direkter Treffer bei der Redner. So, wo sind sie denn noch hier, da? Oh! Okay. Okay, es geht da lang weiter. Oh, wir haben wieder einen Verbesserungspunkt. Haben wir nicht schon wieder zwei? Ja, wir haben zwei. Ähm, gucken wir doch noch mal kurz aufs Bettmobil. Hier ist alles mit zwei fast erforscht. Außer den Nachbrenner, aber den Nachbarn brauchen wir nicht. Komm, wir nehmen hier nochmal das hier. Ja. Ich denke, das kommt so, wir kriegen ja gleich wieder einen Punkt. Dann geht's hier lang. Das Auto des Arkham Knight ist ausgewichen und da reingekracht. Wo sollen denn die sein? Okay. Gucken wir uns das doch mal an. Der Arkham Knight muss mit Oracle abgehauen sein. Ich sollte das Fahrzeug untersuchen. Na denn, gucken wir doch mal. Auf den Reifen vielleicht? Keine Beweise. Was ist das denn hier? Keine Beweise. Keine Beweise. Keine Beweise. Keine Beweise. Achso, was war das denn, oder? Das Auto ist einfach so von der Straße abgekommen. Warum? Der Fahrer war anscheinend nicht angeschnallt. Ich sollte die Leiche suchen. Okay, gut. Wie komme ich denn hier raus? Die Leiche muss ja oben rumliegen. Keine Beweise. Wo ist denn die Leiche? Da ist sie. Ach komm schon. Geh doch hier rum. So, jetzt hier ein bisschen schneller. Spuren von Pfefferspray auf der rechten Gesichtshälfte des Fahrers. Jetzt. Oracle saß auf dem Beifahrersitz und führte den Unfall bewusst herbei. Clever. Ich sollte den Bereich prüfen, wo sie gesessen hat. Na dann, gehen wir zurück. Wo saß sie auf dem... Die Tür wurde beim Aufprall abgerissen. Wenn ich die Stelle finde, an der sie gelandet ist, kann ich rausfinden, was passiert ist. Da hinten, oder? Ne, sieht hier alles nicht aus wie eine Tür. Ist die vielleicht ins Wasser gefallen? Nein, auch nicht. Ich muss einen Weg finden, Oracle aufzuspüren, bevor ich gehe. Das ist mir bewusst, aber ich sehe hier keine Tür. Da ist nichts. Ach, das wird okay sein. Okay, gut. Sauber vom Wagen gerissen. Die Tür muss vor dem Unfall geöffnet worden werden. Oracle ist rausgekommen. Ich muss mir die Rekonstruktion ansehen und rausfinden, wo sie gelandet ist. Mhm. Oracle lässt also vor dem Unfall aus dem Wagen raus. Und was ist dann passiert? Oracle hat hier angehalten. Jemand hat auf sie geschossen. Ich sollte die Einschlagstelle nach ballistischen Spuren scannen. Das Kaliber der Waffe stimmt mit der des Arkham Knight überein. Der Flugbahn und Aufprallgeschwindigkeit nach war der Schütze in etwa so groß wie er. Aus dieser Distanz konnte er das Ziel nicht verfehlen. Ein Warnschuss. Ich habe etwas übersehen. Oracle wusste, dass sie nicht entkommen konnte. Aber der Unfall war Absicht. Sie muss einen Hinweis hinterlassen haben. Aber hier? Hier irgendwo? Hier irgendwo? Mr. Wayne. Lucius. Oracle hat ein Störgerät am Unfallort hinterlassen. Entschlüsseln Sie die Daten, um den Standort des Arkham Knight zu bestimmen. So etwas war eher Miss Gordons Spezialität. Ich sehe, was ich tun kann. Aber das wird etwas dauern. Ich treffe Sie im Wayne Tower, wenn Sie so weit sind. Alfred, ich brauche ein Update zu Gothams Fahndungsliste. Ein Moment, Sir. Gut. Diese beiden hier sind neu. Ein Vermummter wurde auf einem Dach in der Grand Avenue gesichtet. Er steht neben einem brennenden Bandsymbol. Es wäre gut zu wissen, was dieser Eindringling ist. Freund oder Feind? Es gibt auch Berichte über einen Brand in der Feuerwache von Bristol. War wohl Brandstiftung, Sir. Der Strom wurde nämlich gekappt, sodass die Sprinkelanlage ausfiel. Sie sollten das überprüfen. Ah. Gut. Ich würde sagen, wir machen erstmal den Brand, oder was? Jemand hat die Feuerwache in Bristol in Brand gesetzt. Ich muss das Feuer löschen. Ich kann es nicht mehr hinterstellen. So. So. So viele Waffen. Als hättet ihr bei der Planung ein böser Clown etwas ins Ohr geflüstert. So. Wie kommen wir da rein? Zentrale. Wir sehen händliche Wasser auf mir gar nicht rein. Sie kommen. Die Stromversorgung zur Feuerlöschanlage wurde unterbrochen. Ich muss sie wieder in Gang setzen, um den Brand zu bekämpfen. Ich brauche das Auto. Achso. Ich bin außer Kontrolle geraten, wenn ich die Feuerlöschanlage nicht aktivieren kann. Ich brauche das Auto. Achso, doch nicht. Ich dachte ich... Alchem Knight? Warum Alchem Knight? Ich dachte das hätten sie dicht gemacht. Vielleicht ist es ein politisches Statement. Vielleicht ist es ein politisches Statement. Ich sollte den Bereich absichern, bevor ich die Sprinkleranlage... Ach, jetzt. Hab ne Drohne verloren. Ach, dieser Viecher hier mir aber auch voll den Sack. Rettler offline. Ich mach dich platt. So. Drohnentelemetrie offline. Schlag zurück. Neun Stück. Jetzt, oder was? Gut, gut hätten wir das. Wurde auch nicht. Du wirst die Wind nicht verbrennen. Es ist schon so lange her, bitte. Willst du noch mehr? Tja. Hier zum Licht. Oh Gott. Muss ich den... Also, muss ich den jetzt auch abschießen, oder? Ich weiß nicht, was ich machen muss. Muss ich den jetzt einfach noch verfolgen, oder? Abschießen. Ja, klar. Oh, ich glaub, ich hab mich verfahren. Ne. Hä? Boah, das Auto fährt sich aber sowas von... Wo bist du denn? Brenne! Diesmal löscht du mein Lodern nicht aus! Kann ich nicht. Also, ich muss wirklich... hinterher. Ich kann, ich kann den also nicht abschießen, und ich muss also einfach hinterher. Was ist die Rache dafür? Dass du mich auf der Brücke zurückgelassen hast, Batman! Er trägt keinen Flammen! Ich verbrenne dich zur Asche! Nein! Nein! Du trägst mich nicht! Nein! Du trägst mich nicht! Wird diese stinkende Stadt mit Feuer gereinigt! Hm, was jetzt? Ich glaube, wir sind diesen reizenden Pyromanen schon begegnet. Firefly. Der Science Carecrow hat jedermann mitgeteilt, dass Gotham heute Nacht wir uns ist. Er ist gefährlich, Alfred. Such nach weiteren Bränden. Oha! Gleich zwei Punkte! Schön! Gucken wir doch mal rein! Wir haben wieder zwei frei! Können wir hier noch was erforschen? Mhm, schön! Oder was wenn wir hier gehen, dann können wir bitte. Das ist doch schön! Nehmen wir doch das hier! So! Hätten wir das... Machen wir mal... Ich erhalte Berichte von Opernmusik in Kingston, Sir! Das ist die Signatur des Killers! Es könnte die gesuchte Spur sein! Gucken wir doch mal! Und los geht der Aufstand! Es läuft immer gleich! Erst ist es ein großer Spaß! Und dann kommen irgendwelche Leute mit ihrer tollen Ausrüstung, nehmen das Ganze zu ernst und... Alter Schwede! Hab ich mich jetzt erschrocken! Boah! Die Fledermaus-Kreatur befindet sich noch immer auf Miyagani Island! Ich muss sie finden! Mit einer Blutprobe erfahre ich wer oder was sie ist! Tja, das ist sie wohl da hinten, wa? Ich kann nicht fassen, dass du Bruce Wayne bist, Betsy! Du bist Batman! Hier ist der Joker! Diese ganze Nummer! Mit dem reichen Playboy, der dem Jet-Set fröhnt, während die Kacke am Dampfen ist! Das war alles nur gespielt? Das ist fantastisch! Weißt du, was ich an Feuerwehrmännern so liebe? Sie rennen auf die Gefahr zu! Was denn jetzt? Kann ich jetzt hier hoch oder kann ich jetzt hier nicht hoch? Schmerz! So viel von mir! So viele... Oh! Gewaltvolle Fantasien mit mir! Ach, Bruce! Du hättest doch nur... Fragen müssen! Tja, wie kriege ich denn... Das machen wir gleich! Was denn jetzt? Bringt das was? Nee, das bringt nichts! Gut, komme ich hier wohl noch nicht so rein... Dann, wo war er? Da drüben! Dann machen wir den noch! Ach nee, das war er mit dem brennenden Symbol! Ich vermute, du hast mich nicht vergessen, Batman! Azrael! Dunkle Tage sind angebrochen, Batman! Die Prophezeiung hat sich bewahrheitet! Aus der Asche Arkham Cities lodert ein Feuer und Gotham brennt! Was willst du? Ich sehe dasselbe Feuer in deinen Augen! Doch bevor die Nacht vorüber ist, wird dich das Feuer verzehren! Gotham braucht einen neuen Retter! Einen neuen Beschützer! Einen neuen Batman! Meine Zeit ist noch nicht vorbei! Du kannst diese Last nicht ewig tragen! Ich habe dich lange studiert! Du hast einen Kodex! Du tötest nicht! Und das werde auch ich nicht! Der Orden hat es vorausgesehen! Die Zeit ist gekommen, den Umhang einem anderen Krieger zu überreichen! Mir! Wenn du deine Fähigkeiten unter Beweis stellen kannst, denke ich vielleicht zu gegebener Zeit darüber nach! Aber nur, wenn du würdig bist! Wie du willst! Wie du willst! ... ... Schließe die Herausforderung ab, ohne einen Treffer einzustecken. Höh, hab ich doch gemacht? Wiederholung. Komm, ich will das nochmal machen. Das ist doch nicht. Nein, stopp. Nein, hab ich nicht. So. Was soll ich? Oh. Komm schon. Das ist noch einer. Ich bin beeindruckt. Aber du musst noch viel lernen. Melde dich, wenn du bereit bist. Okay. Verbessert. Gut. Dann mach ich jetzt schon eine kleine Aufnahmepause. Denn es ist schon wieder spät geworden. Und wir sehen uns einfach weiter.